Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Video, es ist gerade ein wenig, tut mir leid, ich habe heute auch noch einen Gast. Hallo, ich bin Finn. Ja, und der braucht jetzt erstmal Koordinaten. Also, dann geh doch mal, äh, ich weiß gerade selber gar nicht, wo ich bin, doch, hier bin ich, genau. Ähm, geh mal zu den Koordinaten, F3, ähm, Koordinaten 95, ne, 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 50, 277 Du müsstest gerade in der Nähe vom Dorf sein, ne? Ähm, ja. Ja, da haben wir gestartet. Also, 59x und... Äh, ja, also, x ist 94, äh, y ist 61, ähm, und z ist 270. Wie viel ist x? Ähm, warte. x ist 92. 92, achso. Bist du auch Qualm aufsteigen? Hier ein Lagerfeuer. Ähm, achso, jetzt... Achso, was war nochmal Z? Äh, 277. Okay. Ähm, kann ich auch nochmal zu dem Kommentar sagen. Ähm, von Play Like A Movie. Ähm, ja, wir können das halt machen, dass hier mehrere drauf spielen können, wie du jetzt auch siehst. Äh, ich hab vorher deinen Kommentar noch nicht gesehen. Also, schon, aber da war dieses Video noch nicht hochgeladen. Es dauert vermutlich auch noch ein paar Monate, bis es hochgeladen wird. Ähm, auf jeden Fall kann man theoretisch hier mitspielen. Dann, ja, muss man nur mal irgendwie sagen, wann du kannst, also wann, ja, dann kann man das vereinbaren. Ähm, wo bist du denn gerade? In welchen Koordinaten? Ähm, 60, 66, 265. Okay. Wie viel war Z nochmal? Äh, 280. Und, ähm, X? 92. Da muss ich nicht, ja. Ihr bin ich. Oh, da ist er. Moin. Ah, ein Creeper. Wie du siehst, oder ich weiß nicht, ob du siehst. Ich hab ein klassisch Skin. Ein was? Ein Kraschisch Skin. Oh. Geh. Habt ihr irgendwas zu essen? Ich kann nicht mehr sprinten. Äh, ja klar. Ähm. Hier. Danke. Bitte. Komm doch rein in unser Haus. Äh, ja. Sollen wir irgendwas fahren? Irgendeine Erkundungstour machen? Oder? Was hast du gedacht? Weiß ich nicht. Also. Ja, gut. Ähm. Eigentlich, wenn wir irgendwie 10 Minuten Aufnahme für den Hintergrund vom Video haben, dann ist es eigentlich ganz gut, finde ich. Äh, zu fahren? Also. Ja. Okay, dann fahren wir jetzt. Gut, ich brauche ein Ohr in der Spitze. Äh, ja, ich kann die... Achso, ne, da liegt ja eine, ne? Liegt der eine? Ja. Ja. Wenn ich die Eisenspäze zacke. Okay. Äh. Ja. Ähm. Also hier in die Höhle rein. Ah. Erstmal schlafen. Am besten. Hä? Hä? Achso, es ist noch gar nicht Nacht. Jawoll. Irgend'n Thema. Ähm, nein. Creeper. Wir explodieren. Ich reg mich fast nie auf. Wie regen sich ganz viele Game-Alme auf? Ich brauche was zu essen, ich habe nur noch ein halbes Herz. Ja, ja gut. Ähm, sonst sollen wir erstmal was fahren, bevor wir hier irgendwie... ...ne Erkundungstur machen. Ja, ich glaube schon. Was? Okay. Hast du noch was zu essen irgendwie? Ja, ja, da... Also... Wohne euren Thron ist noch was zu essen? Erstmal... ...hier fahren wir... ...hier fahren wir... ...ein wenig. Wieso mach ich zu decken? Warten, warten, jetzt geht's wieder. Ah, verdammt. Muss mal kurz die Einstellung, du bist bei mir. Auto-Jump wieder an. Oh. Okay. Ah, ich habe auch noch... Ähm... Ich bin aus Versehen... ...ein, äh... ...Eerdeblock vom Feld weggesprungen. Ach, das macht wirklich... Das kann ja auch schon mal passieren. Ähm... Habt ihr, ähm... ...irgendwo ein... ...hier... Äh... Oh, mir fällt das Wort nicht ein. Ja. Wieder, wieder. Suche. Die Haken. Ey, sonst koste ich kurz eine. Na gut, ja. Dafür brauche ich Holz. Verdammt. Hast du Holz? Ähm... Ein. Ah, ich habe hier Holz. Okay. Das reicht. Okay, du kannst ja auch schon mal hier Sachen braten. Ich kann jetzt auch noch Brot geben. Und... Ah, Dried Kelp. Genau. Das kann man ja essen, ne? Oh ja, wir haben jetzt genug Essen. Okay. Äh, hier. Oder einfach, das kann man doch essen. Ja. Na gut. Danke. Okay. Okay. Okay, das können wir auch weiter... ...hast mal fahren, ne? Ah, hast du ein... Brauchst du ein Schwert oder so? Ähm, ich habe ein Holzschwert, meine ich. So. Ähm. Märe ich schon ganz gut. Ja. Such gerade noch Eisen. Äh. Ja, ich kann dir ein Steinschwert geben. Oh, das ist besser als ein Holzschwert. So, jetzt habe ich die gar nicht genutzt. Ach, jetzt habe ich das schon wieder weggelegt. Das sind noch zwei, oder? Ja, drei. Okay. Dann geht's los. Ähm. Wie hier einfach noch Gang runter. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020